Wow, was macht der denn? Leg die Schin, Rudi! Beruhig dich! Oh Gott, ich bin... Oh Gott! Ich geh auf Tauchstation. You can't hit me! Yeah! Das ist ein richtig edles Game. Schaut mal, ich bin... Guck mal, wenn ich mich dunkle, lass ich hin. Ja, ich kann boxen. Und, ähm... mich verteidigen? What the fuck? Warum ist der so riesig? Shit, ich brauch schnell irgendwas, um mich zu wehren. Da ist nichts. Ich glaub, das ist... Also, es gibt ja Zombies. Aber... Boah, die haben hier ultra drin gearbeitet. Aber die sind eigentlich nicht hier... Oh Gott, da sind mehrere. Ich geh hier rein, okay. Nein! Oh Gott, geh weg. Das ist gruselig gemacht, auf einmal... What? Also, damals, als wir's gespielt haben, gab's so kleine grüne Zombies. Und vor allem andere Spieler. Das war so ein bisschen wie bei DC. Also, man läuft irgendwie ewig rum und sucht... Sucht Leute. Man kann ja einfach so komisch reinpacken. Ah! Shotgun Shell. Okay. Wo ist denn hier... Wo ist denn hier Waffen? I need a gun! Maybe there is an enemy outside! Jawohl, da oben ist... Ich geh auf Tauchstation. You can't get me! I'm on... Dive Station! Die dancen die ganze Zeit. She's a maniac! Maniac! Bleib bloß fort von mir. She! They're coming! I'm a guy! A big guy's coming too! Oh Gott, ich bin... Ich bin... Oh Gott! Gib mir das! Nein! For push you, do! Okay, ich spring schnell hier runter. Ich hab voll die Gänze nach Hause. Ich jump einfach auf den Stein. So, hier kommt keiner von euch. Bitches hin, ne? Was? Ich bin hingefallen! Nein, geh weg! Der ist auf dem Stein weiter. Da ist ein anderer Spieler. Okay, 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 okay. Da vorne rennt er. Wie die nach hinten gebeugt laufen. Da ist noch einer. Da ist noch ein Spieler. Ich hab ganz schnell, aber keine Waffe. Ich brauch eine Waffe. Schnell, schnell, schnell. Okay, das Springen war ein bisschen schwierig. Ja, ja, ja. Gut, gut. Jawohl! What do we got here? Oh shit! Ich hoffe, es gibt keinen Fallschaden. Ja, es gibt keinen Fallschaden. Nice. Oh, jawohl! Guck mal, guck mal, guck mal, guck mal. Da geht's hoch. Jawohl, jawohl. Sehr gut. Sehr gut. Pass auf, ich packe mich jetzt hier liegend. Okay, ja! Wer ist der König im ganzen Land? Wie hoch ich komm hier? Hier rein. Pack dich rein, ja. Ich habe eine Pistole. Ja, dann mach herauf. Warte, ich schieße mal. Wow. Okay, wir gucken mal kurz, wie genau die ist. Unglaublich! Oh, 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 oh. Schrotfiltenpower. Alles klar. Wow! Da ist einer. Okay. Action! Wo ist denn? Da läuft er. Okay, ich hole ihn mir, ich hole ihn mir. Ich puste ihn weg. Da ist er. Er ist nicht über mir. Doch. Wow! Kein Sound, kein Sound, aber ich habe ihn umgepustet, glaube ich. Er ist voll weggefallen. Wow, 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 wow. Ich auch, ich auch. Wo ist der hin? Wo ist der hin? Wo ist der Sack hin? Okay. Da! Da! Oh! Shit, man, hier ist irgendwo der Feind. Wo ist der? Wo ist der? Ich kann hier versuchen reinzukommen zu ihm. Warte mal, dann gehe ich außen rum. Komm her in den Sack. Habt ihr ein Problem mit mir, bitches? Ja! Joy! Jetzt kommt der krasse Aufstieg des Dumbablers. Ich will jetzt ganz hoch. Ich will so hoch, wie es geht. Und gucken, was da so abgeht. Wow! Das ganze Konstruktion erinnert mich voll an Hello Neighbor hier. Jawollo, jawollo. Ich kann hier einfach hochlaufen. Komm, ich kann mich hochbacken. Ja! Ja! Nein! Okay, okay. Noch mal. Noch ein Stück, noch ein Stück. Oh! Was? Come on! Na? Was willst du von mir? Er hat mich hingeschmissen. Bleib liegen, Alter. Ich mach dich sonst kaputt. Verstehst du mich? Ich glaube, der ist schon hin. Ich lege mich mal zu ihm. Ich habe voll die Eier geschlagen. Wow! Wow! Rodenbruch. Shit! Ach ja? Hast du Probleme mit dem legendären Eierschläger? Nein! Nein! Hör auf, ich... Geschäe! Fuck! Oh, wie ich ihn gegeben habe. Der Eierprügler. Ab morgen auch in ihrem Kino. Kann man ja Minecraft-mäßiger Holz hacken. Du bist immer auf der Hutzeit. Laufen, abwehren, umgucken. Weiter laufen, abwehren. Laufen, abwehren. Ich bin bereit. Get it on! Und weiter geht's. Oh! Ein Knife! Aber ich meine, ich habe auch... Jawohl, eine Skorpion. Und einen Revolver. Öh! Man hört zwar nichts, aber die ist hart. Also mit dem Sound hat das Spiel irgendwie noch harte Probleme. Da ist ein Feind. Ich hab jetzt Knife, weißt du? Bei mir. Oh, ich hab einen. Ich hab einen gekillt. Krass, wie weit die wegfliegen. Und ich sie treffe. Oh. Der Revolver ist sick. Okay, ohne zu zielen. Oh, ohne zu zielen. Ich bin Clint Eastwood. Bitch. Bitch. Oh. Ich hab 700 Schuss. Wow, was macht der denn? Leg die Schin, Rudi. Beruhig dich. Auf die Entfernung. Achtung. Ich hab da so ein bisschen Herzinfarkt-mäßig gezuckt. Aber. Ich hab ihn einfach aus der Existenz ausgeschossen. Und gleich bin ich der König der Welt. Oh mein Gott, ein Sniper-Rifle. Ich raste total aus, Leute. Wow. Also, es ist krass, wie weit das zielt. Das ist schon mal enorm. Aber, aber, ähm. Diese Nutzung könnte sich jetzt schwierig erweisen. Was ist da oben? Oh, shit. My hand is shaking. My hand is shaking. But I'm still shooting. Kennt ihr FPS, Doug? Ich hab jetzt einen Snipe, okay? Ich bin jetzt gefährlich, weißt du? Ich schieß mal. Wow. Der Sound ist ja im Nachhinein enorm, ne? Ich rutsche langsam von dem Stock runter. Scheiße. Wieso noch hier reindrücken? Komm, drück dich. Ja, wie so eine Qualle. Ist da irgendwo ein Feind? Das Spiel ist so geil. Was wollt ihr jetzt von mir, ha? Get Beutel erraschelt. Ich müsste auf dieses Dach drauf. Aber wie? Das ist irgendwie schaffen. Warte mal. Jawohl, na alle. Es geht auch. Mester Sticherei in meinem Ort. Wenn du ein Problem hast, komm ich mit der Skorpion. Oh, 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 Leute. Achtung. Oh mein Gott. Hallo? Hä? Ja! Und Jump. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Nein, 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 nein. Ja, von hier geht's. Von hier geht's easy. Oh, gar nicht mal so easy, aber es hat funktioniert. Ja. Da oben warten wahrscheinlich alle anderen Spiele. Ich meine, gut, es zeigt, dass ich der geschickteste Mensch der Welt bin. Aber was habe ich jetzt davon? Ja. Ja, ja, ja. Es geht noch weiter. Oh Gott, Leute. Oh, oh, oh shit. Alter. Was machst du? Was machst du? Okay, ich muss einfach mit Schmackers das jetzt machen, sonst räu ich mich nicht. Ich krieg's nicht hin. Da ist nichts, da ist gar nichts. Scheiße. Kann ich mir selbst den Fuß schießen? Ja, ich kann mir selbst den Fuß schießen. Oh, Scheiße, nein. Mach dem wahren Leben bitte nicht den Test, damit ich selbst anschießen kann. Also, es geht nur da drüben weiter, aber da komme ich nie im Leben drauf. Okay. Ich sitz jetzt. Ich sitz jetzt hier drauf. Achtung. Ich will mir ins Bein schießen. Komm. Aha. Er sitzt einfach hier drin. Guck mal. Breitbeinig. Vielleicht schaffe ich das ja doch irgendwie. Ich bin so angeschissen, wenn ich da runterfalle. Ja! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Leute. Leute, hier oben ist alles voll. Oh, guck mal. Hier oben ist alles, hier oben ist alles. Okay, warte mal, ich nehme alles mit. Ich bin echt ganz oben. Unter mir ist jemand, glaube ich. Oh, wen haben wir denn da? Ich bin runtergefallen. Oh mein Gott. Wie ungeschickt. Oh, oh, du. Die. Ich habe ihn gefistet. Also. Das Geräusch. Ich habe ihn einfach vom... Der war schon ultra weit, ne? Der war sehr nah an mir dran. Und die schießen einfach vom Dach runter. Oh fuck. Tja, und das war es auch soweit hier mit dem Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. 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 Ciao.